Es ist schon ein gutes Gefühl, am Ende eines langen und auch nicht immer einfachen Weges die Früchte der Arbeit in der Hand zu halten. Berufliche Weiterbildung ist heute notwendige Voraussetzung, um im Job zukunftssicher Erfolg zu haben. Seit 2009 bietet die Technische Akademie Wuppertal bundesweit an verschiedenen Studienzentren die Möglichkeit, bei voller Berufstätigkeit international anerkannte Hochschulabschlüsse zu erwerben. Und ich glaube, da die sehr stark anwendungsorientierten Studiengänge der TAW, die sind genau das Richtige, weil man an den Stellen immer wieder gezwungen wird, im positiven Sinne gezwungen wird, die Dinge zu überlegen, was kann ich davon nutzen in der Praxis von den vielen Dingen, die ich im Studium lerne. Ziele, Inhalte und Methoden des berufsbegleitenden Studienmodells sind konsequent darauf ausgerichtet, das Studium mit dem Beruf und der Familie zu vereinbaren. Je nach Studiengang finden die Vorlesungen und Unterrichtseinheiten in den Abendstunden oder am Wochenende statt. Schon der griechische Dichter Hesiod wusste, vor den Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt. Es ist nicht einfach zu lernen, samstags noch auf die Schulbank zu gehen. Den Job noch zu machen nebenbei. Und das ist alles nicht einfach, gebe ich zu, aber es ist schaffbar. Also ich bin sehr glücklich, heute den Bachelortitel mit nach Hause nehmen zu dürfen. Ich habe jetzt vier Jahre lang dafür gebraucht, den Abschluss auch zu absolvieren. Es war viel Lernarbeit dahinter und daher freue ich mich, heute die vier Jahre nochmal krönend abschließen zu dürfen. Was Besseres kann es so eigentlich gar nicht gehen, wenn man jetzt mal den Job meint, man kann einfach Berufserfahrung sammeln und man kann nebenbei dann auch noch studieren. Das ist einfach für den weiteren Werdegang natürlich auch viel besser, als wenn man jetzt acht Jahre lang oder vier Jahre lang auf der Schulbank gesessen hat und die Berufserfahrung einfach fehlt. Und so, das würde ich einfach jedem weiterempfehlen. Effektives Lernen durch entsprechende Studiengestaltung und qualitätsgesicherte Studieninhalte sichern eine hohe Erfolgsquote. Die kleinen, überschaubaren Studiengruppen werden durch unsere professionell arbeitenden Dozenten mit großem Engagement durch ein praxisorientiertes Studium geführt. Die Nähe zu den Dozenten und individuelle Betreuung verschaffen den Studierenden optimale Studienbedingungen. Was ich ganz besonders schätze, ist die enge Betreuung, die die Studierenden haben. Es ist für alles gesorgt, die Organisation ist wunderbar und man hat einen konkreten Ansprechpartner in jeder Lage. Und gerade Studium ist ja auch eine neue Erfahrung, aber dann eben auch jemanden zu haben, immer eine Person als konkreten Ansprechpartner in allen Fragen rund um das Studium, Das finde ich sehr, sehr schön und macht auch eine positive, sehr gut betreute Atmosphäre und familiäre Atmosphäre im Studium aus. Auch ohne Abitur besteht die Möglichkeit, den Hochschulabschluss Bachelor of Arts und anschließend den Studienabschluss Master of Arts zu erhalten. Wir planen auch an unseren Außenstandorten ein Masterangebot, denn das hat uns wirklich erstaunt, wie viele Bachelorabsolventen an uns herangetreten sind und gesagt haben, ich möchte an der Technischen Akademie Wuppertal ein Masterstudium absolvieren. Das berufsbegleitende und das duale Studium an der THW sind der Karriere-Turbo für engagierte junge Berufstätige. Ein Studium an der THW hilft den Studierenden, sich zu entwickeln und erfolgreich voranzukommen. Das ist eine Studium an der THW ist. Das ist eine Studium an dem Studium an der THW ist.